Er ist heiser und betrunken. Ich bin heiser und betrunken. Das ist ein Vlog. Ja. Weil viel passiert ist. Und viel passieren wird. Ja. Werden wird? Werden wird? Erstens, LeFloid. Vergesst es, wir machen kein Video mit ihm. Niemals. Nein, machen wir nicht. Weil er hat uns nur wie viele Abonnenten geschenkt? Fast 4000. Ich meine, wir waren mit unseren 3000 Abonnenten sehr zufrieden. Danke LeFloid. Ja, also wirklich. Jetzt haben wir Klicks und es passiert was auf unseren Channel. Das machen wir gar nicht. Ja man, das ist scheiße. Und wir machen auf jeden Fall kein Video mit ihm. Ich meine, er ist lustig. Er mag Action und Kanonen, so wie wir. Was haben wir mit dem anfangen? Ja. Ne, also natürlich machen wir ein Video mit LeFloid. Das haben wir auch alles mit ihm abgesprochen. Über Skype. Ja, wir können skypen. Wann wir das machen, ist noch... Dieses Jahr noch. Hoffentlich. Hoffentlich noch diesen Monat. Vielleicht. Ist schon November? Ne, stimmt. Der Monat endet in zwei Tagen. Morgen. Okay, nächsten Monat. Abgehakt. Abgehakt. Also der zweite Punkt. Ein herzliches Hallo an all die neuen Abonnenten, die ihr von LeFloid gekommen seid. Wir haben uns ziemlich gefreut und waren auch ziemlich erschrocken. Ich hatte richtig Angst. Unsere Abonnenten sind jetzt glaube ich um 4000 gestiegen und wir hatten vorher gerade mal 3000. Also das ist schon... Abgehakt. Oder? Ja. Der nächste Punkt ist, ich bin abdachlos. Deshalb bin ich auch betrunken. Ja, ergibt Sinn. Ja. Das Ding ist, wir wollen zusammenziehen. Und das gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil unser Mietvertrag ist zwar unterschrieben, zum 1.11. Aber, ja, unser... Der momentane Mieter, der will irgendwie nicht raus. Ja, der will nicht raus und ihn rausklagen. Über auch eine Weile. Problem ist, dass ich aus meiner Wohnung schon raus bin und woanders unterkomme. Und... Deshalb sind wir gerade etwas... Beschäftigt. Also, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, da die ganze Zeit so zu klären. Und... Aber bald, hoffentlich, bin ich nicht mehr obdachlos. Also, sobald dieser ganze Scheiß vorbei ist und wir in die Wohnung ziehen können... Dann haben wir die WG of Awesomeness. WG of Awesome? Yes. Dann wohnen wir zusammen. Was natürlich heißt, dass wir wesentlich mehr Videos machen können. Wir machen so viele Videos... Dass wir einen zweiten Kanal eröffnen. Wo wir genauso viel Scheiße labern wie hier. Natürlich, ähm... Also, ja... Vlog-Style... Random Stuff... Soll's... Random Stuff. Ja, random. Keine Angst, keine Vlogs darüber, dass ich heute gefrühstückt habe. Keine langweiligen Vlogs. Keine langweiligen Vlogs. Und nicht so langweilig, wie das gerade hier ist. Das ist bestimmt voll boring. Wer guckt sich sowas an? Mr. Creeper guckt sich das an. Mr. Creeper? Hallo Mr. Creeper! Ja! Wir haben einen Creeper auf die Kamera gepackt, damit wir mit dem Creeper reden können. Und nicht in der Kamera reden müssen. Hallo Mr. Creeper! Hi! Lass meine Katze kaufen und dir einen Theon bitten! Ja! Mr. Creeper, nenn! Ja! Dann malen wir sich grün an! Und... Und dann schicken wir sie ihm irgendwelche Mienen? Jo... Also... Wenn wir da zusammen wohnen, werden wir anfangen auf unserem neuen Kanal SpaceFrogs Radio. Regelmäßig. Wahrscheinlich wöchentlich. Vielleicht sogar noch ein bisschen öfter. Ein Link ist in seinem Gesicht. Toll! Ihr könnt erst mal das Video zu Ende gucken und dann auf den Link klicken. Guck mal, ihr könnt jetzt da raufklicken. Dann kommt ihr zum nächsten Kanal. Und... Ja... Also... Falls ihr euch dafür interessiert, was mit uns passiert... Hat's jetzt gerannt? Ja! Dann könnt ihr einfach den Kanal abonnieren. Geht wahrscheinlich nächsten Monat oder so geht's dann los mit Videos. Und... Die werden total awesome! Deswegen misst ihr... Dann machen wir total verrückte Scheiße. Leider. Auf Wiedersehen. Und schlaft gut. Denn es ist erst... Kurz vor zwei. Oh mein Gott! Ihr müsst ins Bett! Wieso seid ihr noch auf? 도전? Gut, es ist optional. Drei Uhr. Als war macht! triggering hier! Und zum Bis zum nächsten Mal.